freunde was geht willkommen zu einem neuen wunschstelle mit der sarah und mit dem marcel und magna bomb wünscht sich heute lightcore grim creeper gegen dunebark genau und das bekämpfen wir heute mal auf rostiger außenposten ist das genehm die dame ja so und ja bitte du darfst als erstes genau zeigt vom element magie der alte hier schon käfer ja der sieht schon cool aus so im spiel und ich nehme lightcore grim creeper schön mit der sense so mustert so mustert freunde das ist ja auch so richtig freundlich aus der dunebark auf dem bild da ist ein netter hier schon aber der sieht in als figur so ein bisschen ist der ausdruck so ein bisschen böse finde ich oder soll er lachen jetzt so du level 10 ich level 6 ist aber nicht schlimm weil meine sense ein bisschen stärker ist als deine strahlende oder deine sache so jetzt geht los jetzt komme ich erst mal mit meinem geist zu dir markiere dich oder versuche zumindest aber es geht nicht so jetzt kommt die sense zack 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 so damit hat sich das schon mal nicht guada guada der kleine hier schon käfer hast gesehen guada wer da sagt 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 da kannst du ruhig deine gar nichts schlagen ne du kannst du mal nicht so von vorteil ja fern angriffe von da müsstest du mich jetzt schon nicht von da müsste ich fließe da komme ich schon nicht mehr an dich dran warum sag ich dir hatte doch so habe ich dann auch fern angriffe sagt und schön mit der sense gegeben oder ist ein eis da 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 hast du gewusst ne aber das eis hat mich wieder zum er macht dir ja da kannst du ruhig hier wieder abbauen das ist mir egal zack da kommt die sense zack da kommt die sense nochmal jetzt markiere ich dich man jetzt musstest du mich noch extra noch nicht zu essen nein meinst du den lektor grimm creeper übernehmen die sense ist brutal also nimmst du mal light core grimm creeper okay behalte den pet wenn man das anders den hobel drück mal auf x genau da wollte er nicht mit des sara spielen da ist er wieder vom portal gesprungen so und jetzt nehme ich mal den schönen hier schon käfer wo ich sagen muss den finde ich wirklich brutal schön die sind diese figur ja duneburg so und wenn ihr zufälligerweise die tastenknöpfe hört wie sara ihr meinen ps4 controller missbraucht ne dann wisst ihr dass das sara ist ne die kloppt nämlich auf die tasten dass es kein zurück mehr gibt ne also immer feste berufter so freunde jetzt gibt sie geht es los jetzt gibt sänge so und jetzt zeige ich ihr wie das hier geht so seht ihr ihr müsst einfach nur von hinten schießen 28er schaden da seht ihr kann er hüpfen da kann er hüpfen ist er auch noch bei mir ist er auch noch bei mir ist er auch noch bei mir nimm die kugel nimm die kugel so jetzt hier kann jetzt hauze ab näher zauze ab sagt so erst mal der sara auch mal ein schönes leben abgezogen auf dem freien so jetzt hauze wieder ab aber jetzt was ist denn hier man diese sense ist brutal diese sense ist abartig da ist ein eis beide gleichzeitig kaputt boah freunde jetzt geht es los nein jetzt geht es um alles freunde jetzt geht es um alles oh gott jetzt hat die sara verloren ja es war ein knapper kampf guck dir an ich hab dich nur halt ein bisschen besser getroffen als du mich ja ist doch nicht schlimm jetzt ist doch okay siehst du guck mal Rangaufstieg in dem Sinne Freunde habe ich zweimal gewonnen einmal war es jetzt gerade sehr knapp gewesen wenn es euch gefallen hat Daumen hoch abonnieren ist kostenlos damit ihr keine Videos mehr verpasst und ja wir bedanken uns bei euch fürs Einschalten Zuhören alles andere auch wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen wie immer bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal